Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf der neuen Wertesendereihe. Ich bin Elisabeth, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Österreich. Ich hatte anfangs diesen Jahres auch so meine Neujahrsvorsätze bzw. dachte ich, okay, hey, was will ich dieses Jahr an mir persönlich verändern, wo möchte ich meinen Fokus draufsetzen? Genau, und dann habe ich gemerkt, okay, ja, weniger Zucker, mehr Sport, mehr frische Luft, keine Ahnung, was das ist, da gibt es ja von bis, was man tun und machen kann und lassen soll und wie auch immer. Und ich habe dann die Botschaft irgendwie durchgeackert von einer Veranstaltung und da hat Ivo davon gesprochen, dass Gott auf das geht, was im Herzen drin ist. Also Gott beantwortet deine Herzensfragen, Gott geht auf das, was du ganz tief drin hast. Da hat dir mein Beispiel gebracht von Abraham, das steht in 1. Mose 17, 17-19. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und er lachte und redete in seinen Gedanken oder Herzen folgendermaßen. Ob dem 100-Jährigen einen Sohn geboren wird von meiner Sarah, die als 90-Jährige längst nicht mehr fruchtbar ist? Zu Gott aber sagte Abraham, Ismail, der soll vor dir leben. Und das Interessante dabei ist, dass eben Gott auf das ging, was Abraham im Herzen gesagt hat. Und das hat mich irgendwie so irgendwie inspiriert oder hat mich so angesprochen, weil ich gemerkt habe, boah, das stimmt, Gott geht auf das, was im Herzen drin ist und nicht das, was ich von mir from sage oder from gebe. Und da gibt es auch noch ein anderes Zitat oder einen Bibelvers. Matthäus 15, Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Oder in Vers 18, 19. Was aber aus dem Mund hervorgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, was weiß ich, alles Mögliche. Und da habe ich mir gedacht, jawohl, das ist es. Ich will dieses Jahr meinen Fokus auf mein Herz richten, auf mein Herz sich zu fokussieren und das zu bewahren und zu schützen. Weil eben die Quelle des Lebens entspringt aus dem Herzen. Und ich habe gemerkt, eben wenn man sich mit so vielen Sachen dieser Welt füllt, eben wenn du mal langweilig bist und du schaust dann mal auf Instagram oder Snapchat oder was weiß ich, YouTube, es gibt schon eine Palette von Sachen, wo man sich einfach die Freizeit irgendwie zustopfen kann. Und dann habe ich eben gemerkt, man ist dann gar nicht mehr ausgerichtet auf das, was Jesus wirken will. Weil dein Herz schon so verdreht ist und so alles, was jetzt drin ist, dass du gar nicht mehr merkst, hey, was will Jesus jetzt genau in diesem Moment mit mir machen? Und ich pflege mein Herz mit dir, ich reinige es, damit ich alle Zeit weiß, was zu tun ist. Weil eben, genau, wenn du dich dann eben mit solchen Sachen fühlst, dann hast du das Herz so bummvoll mit Sachen, dass du das gar nicht mehr hören kannst. Und eben, es macht doch alles was mit dir. Man kann nicht sagen, ja, ich bin dem Gewachsen, mich stört das nicht, diese Werbung, ach, das ignoriere ich. Es macht mit dir was. Weil alles, was du siehst, was du hörst, geht ins Unterbewusstsein rein und es ist dann verankert. Und im schlimmsten Fall oder im blödesten Moment kommt das dann raus. Und, ja, das ist halt nicht das, was wir haben wollen. Und eben genau speziell wir Jugendliche dürfen darauf richtig wieder neu, glaube ich, den Fokus legen, auf dieses Herz aufzupassen, eine Herzenshygiene zu betreiben. Weil auf das kommt es drauf an. Auf das alleine kommt es an, diese Herzensbeziehung zu Jesus zu haben und nicht fromme Sachen vor sich hinschwatzen und im guten Meilen irgendwelche Sachen sagen und sonst was. Ja, und da möchte ich dich auch irgendwie elektrisieren darin. Und ich hoffe, ich konnte das durch meine Sendung ein bisschen verdeutlichen oder dich da mit hineinnehmen in meinen Neujahrsvorsatz. Ich weise es sicher schon ein bisschen her. Aber, wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe und das Prinzip ist das ganze Leben. Und auch wenn Versuchungen dann kommen, einfach dran zu bleiben, das Herz in Jesus festzumachen und dann kommt alles gut. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und alles Liebe. Tschüss!